Drei Gründe, warum Ihre Mitarbeiter keine gute Leistung bringen in Ihrer Zahnarzt- oder Facharztpraxis. Damit herzlich willkommen zum heutigen Video, darüber werden wir heute sprechen. Mein Name ist Leo McGuire und gemeinsam mit meinem Team unterstütze ich über 200 Zahnarzt- und Facharztpraxen im ganzen deutschsprachigen Raum bei der Mitarbeitergewinnung und Bindung. Der erste Grund, warum Mitarbeiter nie gute Leistungen erbringen, ist das Thema Einarbeitung. Manche Mitarbeiter werden nie richtig eingearbeitet und die schlechten Verhaltensweisen, die im Rahmen der Einarbeitungsphase entstehen oder auch das Nicht-Können und Nicht-Bewältigen von gewissen Aufgaben, wird dann zur Gewohnheit, läuft sich sozusagen ein und das Ganze wird am Ende nie behoben. So kann es kommen, dass eine Person durch eine fehlende oder schlechte Einarbeitung nie auf das Leistungsniveau kommt, wo Sie sie eigentlich haben wollen und Sie das Ganze am Ende nur schwer beheben können. Deshalb hier der ganz klare Tipp, sorgen Sie dafür, dass Sie einen guten Einarbeitungsprozess haben. Ich kann das hier mal einblenden. In der Vergangenheit haben wir auch schon mal ein Video gemacht über die größten Fehler bei der Einarbeitung und wie Sie es besser machen sollten. Grund Nummer zwei für schlechte Leistungen ist eine schlechte Kommunikation bzw. fehlendes Feedback. Das kann man in zwei Kategorien unterteilen und zwar eine schlecht oder nicht kommunizierte Erwartungshaltung und ein fehlendes Feedback von Mitarbeiterseite. Was meine ich damit? Es kann sein, dass Sie, Ihre Mitarbeiter, nie genau Ihre exakte Erwartungshaltung richtig kommuniziert haben oder die Person die Erwartungshaltung, die Sie von Ihrer Seite haben, nicht richtig verstanden hat. Was ist damit gemeint? Sie müssen genau kommunizieren, was ist denn eigentlich eine Leistung, die gut ist und was ist das Leistungsniveau, auf dem Sie arbeiten möchten und das Sie von Ihrem Mitarbeiter erwarten. Wenn das nie passiert ist, dass das ganz genau festgehalten und kommuniziert wurde, dann können Sie nicht erwarten, dass Ihre Mitarbeiter nach Ihren Wünschen Leistungen erbringen. Auf der anderen Seite fehlendes Feedback von Mitarbeiterseite. Wenn Sie keine Feedbackgespräche führen, gerade im Rahmen der Einarbeitungsphase, aber auch regelmäßig im laufenden Prozess mit Ihren Mitarbeitern und aktiv nach Problemen oder Herausforderungen fragen oder Unklarheiten fragen und diese nicht aktiv lösen, dann kann es sein, dass auf Mitarbeiterseite gewisse Probleme, Herausforderungen bestehen, die Ihnen davon abhalten, die Leistungen zu erbringen, die Sie von ihm erwarten. Und wenn dieses Feedback nie bei Ihnen ankommt und diese Probleme und Herausforderungen nie gelöst werden, dann ist es natürlich vollkommen klar, dass die Person nie auf das Leistungsniveau kommt, was Sie eigentlich von Ihrer Seite erwarten. So und wenn Sie Grund Nummer 1 und Grund Nummer 2 ausschließen können, dann kann es sein, dass Sie eine Fehleinstellung gemacht haben und einfach eine Person eingestellt haben, die nicht in der Lage ist, die Leistungen zu erbringen, die Sie von ihm erwarten oder die Sie mindestens mal brauchen in Ihrer Praxis und die auch normal ist. Immer wieder hören wir von Praxisinhabern, dass diese aus ein bis drei Bewerbungen Noteinstellungen gemacht haben, weil sie es mussten oder zumindest weil sie geglaubt haben, dass sie es mussten und das führt dann dazu, dass diese Mitarbeiter eingestellt werden, ewig mitgetragen werden und man dann irgendwann merkt, die Leistung ist einfach nicht da und es ändert sich auch nicht. Und an diesem Punkt angekommen, muss man sich einfach darüber im Klaren werden, dass man nicht darum herum kommt, sich von dieser Person zu trennen und diese Person zu kündigen und sich um eine Nachbesetzung zu kümmern. Und wir haben diese Situation schon sehr, sehr oft gesehen und auch schon sehr, sehr oft gelöst. Seit mehreren Jahren implementieren wir Systeme zur Mitarbeitergewinnung in den Praxen unserer Kunden, in Zahnarzt- und Facharztpraxen, haben da schon über 900 Stellen mit besetzt. Und wenn Sie in einer solchen Situation sind und passende Mitarbeiter gewinnen möchten oder feststellen, ich habe einfach Mitarbeiter im Team, die versuche ich schon ewig auf dieses Niveau zu bekommen. Ich kann die beiden anderen Themen eigentlich ausschließen, die ich hier angesprochen habe in diesem Video. Dann sollten Sie einfach mal auf uns zukommen. Über www.leomaguire.de können Sie sich ein kostenfreies Erstgespräch buchen und dann können wir Ihnen genau zeigen, wie Sie mit Ihrer Praxis an passende Mitarbeiter kommen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit den weiteren Videos. Ich freue mich, von Ihnen zu hören. Bis dann, Ihr Leo Maguire.